Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mir nochmal ein Video aus der Serie Besondere Leuchtmittel. Los geht's! Ja, worum es bei mir heute geht, können wir sicherlich schon erahnen. Es ist auf jeden Fall eine Niederdrucklampe, genauer gesagt eine Natriumdampf-Niederdrucklampe SOX. Und zwar von der Firma Philips mit 55 Watt. Ja, diese Lampen werden ja insbesondere im Vereinigten Königreich zur Straßenbeleuchtung eingesetzt, in Deutschland eher weniger verbreitet, höchstens an Zebraübergängen werden die verwendet für diese gelbe Beleuchtung dort. Und ja, hier haben wir so ein Leuchtmittel neu hergestellt im Vereinigten Königreich England. Und ja, diese Lampe gucken wir uns nun mal an. Erstmal können wir hier die Verpackung des Leuchtmittels sehen. Ja, einfach Pappe, auch nicht eingefärbt, nichts Besonderes. Hier haben wir eine Skizze und oben Philips SOX, 55 Watt Long Life. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Hinweise, leider nur auf Englisch. Ja, dann haben wir hier noch die Brandposition. Ja, diese Lampe darf nur horizontal betrieben werden oder mit Fassung nach oben, aber nicht mit Fassung nach unten, weil da sonst das geschmolzene Natrium an die Elektroden kommen kann. Ja, dann haben wir hier einen Lichtstrom angegeben von 8000 Lumen und einen Energieverbrauch von 61 Kilowattstunden in 1000 Betriebsstunden. Ja, diese Lampen sind wirklich hocheffizient. Wie wir hier auch sehen können, natürlich das alte Label, was sich nichtsdestotrotz demnächst ändern wird. Ja, die beste A++, besser geht es bei Leuchtmitteln nicht. Besser als die meisten LED-Leuchtmittel. Wir erreichen bei diesen Lampen zumindest ohne Vorschaltgeräteverluste auf jeden Fall bis zu 150 Lumen pro Watt, auch mit Vorschaltgerät. Wenn das ein gutes EVG ist, können wir auch so um die 120 Lumen pro Watt erreichen. Also wirklich sehr, sehr effizient. Dann haben wir hier das Leuchtmittel. Hier haben wir erstmal einen Stempel. Philips SOX, 55 Watt, made in UK. Ja, dass diese Leuchtmittel unten etwas geschwärzt sind, da sind nämlich Elektroden drin, wie in einer Leuchtstofflampe. Das ist ganz normal. Ich weiß nicht genau warum, das ist aber auf jeden Fall herstellungsbedingt. Und dann haben wir hier den langen, klaren Glaskolben ohne Leuchtstoff. Wo drinne wir hier kleine Nischen finden, wo drinne auch elementares Natrium ist, was ja auch teils schon rausgelaufen ist. Ja, wenn so eine Lampe mal zerbricht, dieses Metall reagiert extrem auf Wasser. Das steht auch nochmal drauf, zerbrochene Lampen auf jeden Fall von Wasser fernhalten. Und dazu ist hier noch drin, das können wir natürlich nicht sehen, zum Starten der Lampe Neongas. Das können wir aber gleich im Betrieb sehen. Ja, und dann haben wir hier das Vorschaltgerät. Ja, das ist sogar schon ein elektronisches Vorschaltgerät. Philips Electronic Socks Beläst. Ja, auch von Philips. Passt also natürlich auch 55 Watt. Eher eine IC-Kennzeichnung. Dann haben hier ein paar Daten drauf. Hier der Anschluss zur Lampe. Und hier der Anschluss ans Stromnetz ohne Erdung. Und ich würde sagen, nun gibt es auch gar nicht so viel mehr zu erzählen. Nun werde ich die Lampe einfach mal starten. So, die Lampe ist erfolgreich gestartet. Ich habe jetzt die Elektroden gefilmt. Ich zoome jetzt mal raus. Leider kommt das auf der Kamera scheinbar nicht so gut. War mir die Startentladung, Neonentladung. Ein wundervolles Neonrosa. So rosa-pink ist das. Das sieht wirklich wunderschön aus. Auf der Kamera sieht es leider jetzt schon völlig gelb aus und nicht schön. Ich gehe mal näher ran. Ja, hier können wir die Elektroden sehen. Auch wie die geformt sind. Da unten ist schon das Natrium verdampft. Da haben wir schon das Natrium-Spektrum. Und sonst hier im ganzen Kolben Neon. Das Natrium scheint hier auch noch fest zu sein. Ganz schmelzen tut das auch nie. Na schmelzen schon, aber ganz verdampfen tut es nie. Ja, es sieht hier aus wie so ein matschiges Gelb. Leider, das ist richtig schöne Neonfarbe, wie man das noch von der alten Neonwerbung, von den Neonwerbeschildern kennt. Ja, leider hier kaum zu erkennen. Und was hier an Licht rauskommt, ist auch noch relativ minimal. Ich würde sagen, entspricht vielleicht höchstens einer 25-Watt-Lampe. Ja, vielleicht sogar noch weniger. Also das ist wirklich extrem dunkel. Ja, wie gesagt, auf der Kamera kommt es nun leider schon richtig gelb. Dabei ist das hier diese richtig schöne Neonfarbe. Was auch erstaunlich ist, ja, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber ich kann sagen, die Lampe wird wirklich nur minimals warm. Im Moment ist sie noch außen absolut kalt am Außenkolben. Ja, nicht mehr, nicht mal lauwarm. Ja, wie eben, weil sie so effizient ist. Nichtsdestotrotz, später wird natürlich auch eine hocheffiziente Lampe warm, weil 55 Watt, auch bei den besten Lampen, wird fast ein Dreiviertel davon verheizt. Und das spürt man natürlich trotzdem. Ja, in Wahrheit hier unten wird es nun gelb. Überall anders ist noch diese Neonfarbe, die man leider aus irgendeinem Grund nicht sieht. Ja, hier sieht man es nun ein bisschen. Dieser Farbton aber eigentlich viel stärker. Hier können wir nun auch schon den Helligkeitsunterschied sehen, ja, wie hell die Lampe an den Elektroden wird. Das wird nachher überall so, dass die Konstant überall an der ganzen Lampe gleich hell ist. Dann kann man quasi nicht mehr reingucken, besonders weil das Licht eben so monoton ist. Was auch Farbsehen unmöglich macht. Man kann bei diesem Licht, wenn es keine anderen Lichtquellen gibt, überhaupt keine Farben erkennen. Bei Natriumdampf-Hochdrucklampen geht es ja noch einigermaßen. Bei diesen Leuchtmitteln ist das aber auf jeden Fall absolut unmöglich. Ja, nun lässt die Neonfarbe auch nacht. Ja, jetzt können wir das ein bisschen sehen, dass es hier orange ist. Das ist in Wahrheit diese Neonentladung. Und außen rundherum wird es schon gelb. Ja, wo mehr Natrium verdampft ist, die Elektroden hier scheinen etwas zu glühen. Ja, was es sonst noch zu sagen gibt, ja, genau das Natrium, die Brennstellung. Jetzt wird das Natrium hier unten langsam flüssig. Man sieht hier diese Tropfen. Ich glaube, Natrium schmilzt relativ schnell. Es war ab nun keinen genauen Schmelzpunkt, aber ich glaube, relativ früh schmilzt das. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, wo man schon in die Lampe kaum noch reingucken kann. Aber diese Lampen wirken halt nicht so hell wie eine Hochdrucklampe, weil halt bei einer Hochdrucklampe das ganze Licht aus einem winzig kleinen Brennergefäß rauskommt. Und hier ist das ein bisschen wie eine Leuchterfröhre auf eine relativ große Lampe verteilt. Deswegen wirkt auch eine helle Lampe relativ dunkel. Aber ich kann euch sagen, es ist wirklich extrem hell. Man kann jetzt auf gesamter Brennerlänge nicht mehr reingucken in das Licht. Und zumindest, wenn das geschmolzene Natrium zu den glühenden Elektroden fließt, das ist nicht gut. Das verdampft dann schlagartig. Und weil Natrium ja auch sehr korrosiv ist, macht das dann auch die Elektroden kaputt. Gut, nur mal als Helligkeitsvergleich. Jetzt filme ich einmal gleich durch eine DVD. Ja, die halte ich hier vor. Bitte scharf stellen. So, jetzt filme ich durch eine DVD. Es ist natürlich sehr unscharf. So geht es noch am besten. Aber vielleicht könnt ihr ja trotzdem mal einschätzen, wie viel Helligkeit hier aus dieser Lampe rauskommt, dass man das selbst durch die DVD so gut sieht. Ja, und diese Lampen eignen sich eigentlich auch relativ gut, dafür rauszufinden, wie eigentlich das Farbsehen funktioniert. Und zwar sieht man Farben ja nur, weil verschiedene Körper unterschiedliche Wellen vom Licht absorbieren und reflektieren unterschiedliche Wellenlängen. Wenn zum Beispiel ein Körper rot ist wie eine Tomate, die Tomate absorbiert alle anderen Farben außer Rot, sodass nur Rot reflektiert wird. Ja, und wenn eben kein Rot vorhanden ist, dann können auch keine Farben reflektiert werden. Also sieht man nur schwarz-weiß oder in dem Fall hier eher gelb-weiß. Ja, das jetzt nochmal ganz grob erklärt. Ja, und nun könnt ihr hier mal die Farben raten, wer Monopoly nicht kennt. Na gut, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Licht rundherum drin, ne, eine kleine Halogenlampe. Nichtsdestotrotz, ich denke, man sieht, worauf ich hinaus will. Naja, wenn ich hier auch noch anderes Licht abschotten würde, ich denke, ihr könntet jetzt, wer es nicht kennt, nicht erkennen, dass das hier rot ist und schon gar nicht. Ich glaube, die Gebäude, das wirkt hier alles schwarz. Ich glaube, das ist grün. Ich kann mal eine Taschenlampe holen. Ja, hier habe ich nun den Kasten vom Monopoly-Spiel, nochmal eine Taschenlampe. Und da sieht man hier, weil das Licht beinhaltet, alle Wellenlängen, natürlich zum Beispiel auch die roten. Und deswegen sieht man hier das Rot. Und hier sieht man auch, das ist tatsächlich grün. Ja, das ist auch sehr ungewohnt, alles schwarz-weiß zu sehen. Ja, es ist wirklich so wie früher im schwarz-weiß-Fernsehen, sieht hier im Raum alles aus. Ja, hier sieht, kann man das ja, denke ich, schon relativ gut erkennen. Was hier grün ist, wirkt absolut gräulich schwarz. Genauso hier der Lacktisch. Der sieht auch ganz ekelhaft aus. Das ist so ein ekelhafter Braunton, den man hier sieht. Ja, in Wahrheit ist das ja ein schönes Rot. Ich denke, diese Lacktische dürften viele kennen. Wenn ich hier mit der Taschenlampe draufgehe, dürfte man das auch sehen. Der ist rot und nicht so bräunlich. Und ja, ich würde sagen, nun hat die Lampe genug gebrannt. Wir sehen auch, das sieht auch in Wirklichkeit so aus. Die Kamera kann das besser abdunkeln. Es leuchtet alles gleichmäßig in dem Natriumspektrum. Und ja, nun werde ich die Lampe abschalten. So, ich denke, man hat eher kein mögliches Nachleuchten gesehen. Höchstens von den Elektroden ein bisschen. Oh ja, nun ist auch ein bisschen warm geworden. Aber naja, 55 Watt halt. Und ja, hier auch nochmal das Monopoly-Spiel in Wirklichkeit bei Tageslicht. Und ja, das war es mir wieder mit meinem kurzen Video über diese wundervolle Lampe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, wir gingen jetzt mal zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020